Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch ein geht's gut, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan trailen wir bei ungefähr 31.700 US-Dollar. Wenig Veränderung, etwas Stabilität. Das sind so, sag ich mal, die zwei Hauptbegriffe für das heutige Video. Ansonsten würde ich sagen, starten wir sofort durch. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, aktiviert die Glocke. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 31.700 US-Dollar. Wir haben etwas Stabilität gewonnen. Was aber ich gestern schon im Video gesagt habe, ist diese Linie hier bei ungefähr knapp 33.000 US-Dollar. Die ist extrem wichtig. Wir wurden auch jetzt hier schon bei 32.700 US-Dollar gestern rejected. Also das ist so die Zone, über die wir auf jeden Fall wieder rüberkommen müssen. Da liegen jetzt auch mittlerweile die 4 Stunden E-Mail-Rivents. Und was mich auch gewundert hat, dass wir dieses Low hier unten nicht mehr abgegriffen haben. Also ihr seht hier diese krasse Volumen-Candle, die hier reingekommen ist, auch im 4-Stunden-Chart. Die wurde zwar, sag ich mal, danach nochmal abgegrast, aber mit der jetzigen hatten wir hier nur einen kleinen Bounce in der 15-Minuten-Demand-Zone. Das heißt, die ist jetzt erstmal abgearbeitet, übergeordnet. Schauen wir mal ganz kurz auf den Daily-Chart. Befinden wir uns weiterhin in dieser Daily-Demand-Zone, die weiterhin hält unter uns weiterhin das Golden Pocket bei ungefähr 26.600 US-Dollar, welches ich auf jeden Fall für möglich halte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir auf jeden Fall nochmal in diesen Bereich gehen, um die Liquidität da abzugrasen, beziehungsweise um nochmal tiefere Kurse zu sehen. Wichtig ist, solange wir nicht über diese ungefähr 32.000, ich sage jetzt mal einfach 800 US-Dollar, nachhaltig rüberkommen. Ein Daily-Close wäre echt Bombe. Vor allem jetzt am heutigen Tag wäre es einfach gut, dass wir da rüberkommen, drüberkommen, bestätigen, hier weiter konsolidieren und dann langsam eine Erholung starten. Ich möchte jetzt nicht einen explosiven Move nach oben sehen, damit wir einfach wieder das nächste Void bilden, weil wir es dann einfach wieder nach unten hinschließen. Das wäre jetzt einfach nicht so geil von meiner Seite aus. Der RSI ist weiterhin relativ weit unten, aber gut, wir wurden jetzt nachdem wir hier massiv abverkauft wurden. Was wir noch auf den kleineren Timerams sehen können, ist so ein potenzielles W-Pattern, wobei ich das wirklich nicht überbewerten würde. Einfach so nach so einem riesigen Downtrend jetzt erstmal so ein bisschen Konsolidierung wäre einfach bullischer, anstatt jetzt hier sofort wieder nach oben hin zu brechen. Also wie gesagt, S2 ist jetzt auch erstmal Support gewesen. Auch ganz gut, dass wir die letzten vier Stundenkendels alle da drüber geschlossen haben. Klar, wir hatten die Wix nach unten, einfach um nochmal ein paar Leute zu liquidieren. Aber sonst nichts wirklich weltbewegendes, was hier rein ist. Volumen ist etwas abfallend. Ich bin momentan eher so ein bisschen auf der Seitenlinie, vor allem was Bitcoin anbelangt oder vor allem was die Alcons anbelangt. Gestern massiv plus, jetzt mittlerweile, also wir gucken uns das gleich nochmal Luna an, mit Luna wieder minus 40%. Ja, was wollen wir dazu noch sagen? Wir schauen uns mal ganz kurz noch den NDX an, also den Nasdaq. Einfach mal, was ich euch da zeigen will, einfach nochmal auf den Daily Chart, um reinzugucken. Dazu machen wir noch den MA dazu an. Habe ich euch schon eingezeichnet. Und zwar, wir hatten noch keinen Bounce hier an unserer 800er. MA-Linie auf dem Daily Chart, die, wo ich euch gestern schon im Video gezeigt habe, wo wir immer mal wieder gebounced haben, beziehungsweise die auch immer wieder, sag ich mal, Support im Bullenmarkt war. Sind wir noch nicht ganz dazugekommen, sag ich mal. Auf dem Daily Chart haben wir gestern bei ungefähr 12.345 US-Dollar geschlossen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall nochmal Potenzial von 3% nach unten. Auch wenn wir hier vielleicht nur einen kleinen Wig, aber es wird, glaube ich, enorm wichtig sein, dass wir hier einfach mal runterkommen, diese Zone testen und dann hier vielleicht einen nachhaltigen Bounce hin. Also, soviel nochmal zum NDX, also zum Nasdaq. Bitcoin, wie gesagt, würde ich jetzt einfach nicht zu überbewerten. Die Chance, dass wir nochmal nach unten hinfallen, ist auf jeden Fall noch da. Solange wir aber, sag ich mal, dieses Tief oder, sag ich mal, die 30k halten mit einem Daily Close, ist die Zone da unten erstmal tabu. Also, das ist erstmal wichtig. Stabilität rein. Ich möchte hier auf jeden Fall Konsolidierung sehen. Auch wenn es über ein paar Tage ist, ist es mir wurscht. Und dann auf jeden Fall über die 32.800 US-Dollar kommen wir da drüber. Dann können wir uns Gedanken machen, wo die nächsten Widerstände sind. Und das ist momentan, meines Erachtens, bei ungefähr 36.000 US-Dollar. Warum? Werde ich euch jetzt einfach gleich dazu noch zeigen. Und zwar ziehen wir uns jetzt mal das FIP-Level von unserem, sag ich mal, Downtrend-Beginn, also von diesem Hoch. Da seht ihr auch unser, sieht so jetzt ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen verschwommen aus. Ich mache mal hier ein paar Linien weg. Auf jeden Fall, unser Golden Pocket liegt bei ungefähr 36.000, 36.422 US-Dollar. Heißt für uns, hier liegt ja auch noch unser CME-Gap, welches auch noch nicht gefüllt ist vom letzten Wochenende. Heißt, die Erholungschancen, dass wir erstmal hochkommen, ist relativ hoch. So, und dann wäre natürlich die Möglichkeit, eine Short-Position hier nochmal aufzubauen, dass wir hier nochmal wirklich runterkommen könnten, in Anbetracht der ganzen Umstände, sag ich mal. Je nachdem, wie auch die Aktienmärkte und sowas sich dann mittlerweile erholt haben. Und dann hier vielleicht einen endgültigen Ausbruch sehen. Ist zwar jetzt ein bisschen Bullish, aber trotzdem auch ein bisschen Bullishness schadet in diesen Zeiten nicht. Aber die 36k werden enorm wichtig sein. Einfach um diesen Downtrend vielleicht dann auch mal zu brechen. Und dann müssen wir einfach weiterschauen. Wie gesagt, wir haben auch noch kurzfristig einen Downtrend hier. Das sieht man ganz gut. Von unserem Höchstpunkt hier bei 40k bis nach unten immer wieder Widerstand. Also da wird es auch wichtig, dass wir hier dann ausbrechen. Wie ihr seht, eigentlich ist es momentan alles abwärtsgerichtet. Wir können uns trotzdem leicht nach oben orientieren. Bin ich der Meinung, jetzt erstmal von hier unten erstmal Abstand nehmen. Leichte Erholung auch aufgrund des RSI, aufgrund dieser ganzen bearischen News etc. pp. Was jetzt im Marktumfeld los ist. Aber gut, wir werden sehen. Wie gesagt, Ethereum schauen wir uns noch ganz kurz an. Auch hier, schöner Bounce in der 4 Stunden die Mahnzone. Gefällt mir sehr gut. Erstmal auch hier, kleines W-Pattern. Wichtig, Monats S1, dass wir hier drüber kommen. Die 4 Stunden E-Mail-Rip uns auch noch Widerstand. Und dann können wir uns auch mal hier ganz kurz das Golden Pocket ziehen. Einfach um zu gucken, wo hier unser Golden Pocket drin liegt. Bei ungefähr 2670 bis knapp 2700 US-Dollar. Sieht man auch hier ganz gut. Wieder viel Konsolidierung. Das heißt, hier ist auch eine Menge, Menge Widerstand. Passt auch zu unserem ehemaligen Falling-Vedge-Widerstand. Also da kommt eine Menge, Menge in diesen Bereich dann rein. Kurzfristig auf jeden Fall Potenzial jetzt in den nächsten Tagen. Auf jeden Fall, dass wir hier hochkommen. Dann werden wir sehen, mögliche Short-Positionen vielleicht eröffnen. Vielleicht nochmal das kleine, den kleinen Down-Trend nochmal nach unten hin mitnehmen. Um dann vielleicht endgültig nach oben hin auszubrechen. Aber das ist alles Zukunftsmelodie. Wie gesagt, kurzfristig bin ich auf jeden Fall erstmal für oben. Das wird zumindest uns die Golden Pockets holen, die 7 E-Gaps. Und dann müssen wir den ganzen Markt neu beurteilen. So, XRP. Altcoins halten sich eigentlich relativ stabil. Ich finde auch, XRP hat sich eigentlich relativ gut gehalten, wenn ich so meinen Trade angucke. Aber gut, auch massiv ein Minus ist keine Entschuldigung. Monats-S1 getestet. Zwei Wigs drunter auf dem 4-Stunden-Chart. Kein Problem. 4-Stunden-Close war auf jeden Fall drüber. Krasses Kaufvolumen reingekommen. Trotzdem, auch hier sehe ich nochmal die Möglichkeit zumindest, dass wir hier diese Lows zumindest abgrasen. In dem Bereich von ungefähr, wo haben wir es denn, 0,47 US-Dollar bis 0,46 US-Dollar. Das sind so die Bereiche, die ich auf jeden Fall im Auge behalten würde. Sollten wir hier nochmal runterkommen, weil hier drunter liegen natürlich unsere Stop-Loss-Orders. Heißt, die Leute haben hier unten ihre Longs eröffnet. Wenn wir sie jetzt hier unten triggern, dann können wir zum Beispiel neue Long-Orders aufmachen. Aber wie gesagt, müssen wir jetzt mal gucken. Sollten wir die Erholung kriegen bei Bitcoin, werden wir wahrscheinlich diese Kurse hier nicht mehr sehen. Sollten wir natürlich auch wie bei Bitcoin jetzt hier zum Beispiel das Golden Pocket erreichen. Bei ungefähr, ich sage jetzt mal 0,59 Dollar. Nach oben gehen und dann die nächste Korrektur einleiten. Also die nächste Korrekturwelle, sage ich jetzt einfach mal auch, wenn ich Elliot Wills nicht hasse. Und dann hier unten in diese Box reinkommen, Longs eröffnen. Und dann könnten wir auch hier so ein übergeordnetes W-Better-Petter sehen. Was ich auch schon gesehen habe, sind irgendwelche Wyckoff-Dinger. Aber wie gesagt, ich bin kein Wyckoff-Fan, weil die Dinger kann man sich malen, wie man Bock hat. Und sobald sie inaktiv sind, redet kein Mensch mehr darüber. Und dann gibt es zwei Wochen später ein neues Wyckoff. Also davon nehme ich erstmal ein bisschen Abstand. Für mich ist erstmal die ganze Struktur wichtig zu erkennen und kein irgendwelche Pattern wieder. So. Luna, ja momentan bei 10 Dollar. Ich habe ganz ehrlich gestern bei, ich glaube mein mittlerer Entry, also mein Durchschnitts-Entry ist jetzt bei 27 oder 26 US-Dollar. Ich habe gestern in diesem Bereich gekauft. Ja gut, seitdem, gehen wir jetzt mal von meinem Entry ab, ist der Kurs halt nochmal einfach 64% runtergedampft. War eine scheiß Idee, aber gut, es war Risikokapital, das habe ich auch dazu gesagt. Dass es einfach nur Zockerei war, weil die Chance aufgrund des Walls einfach nach oben war noch. Aber gut, müssen wir jetzt mal schauen. Ich werde es auf jeden Fall nicht verkaufen, weil ganz ehrlich, im Verlust habe ich jetzt auch keinen Bock zu verkaufen. Aber Luna ist ein Fass ohne Boden, also kein Mensch kann sagen, wo jetzt hier der Bounce wird. Wir haben jeglichen Support gebrochen. Klar, wir haben jetzt hier unten in dem Bereich von 4 Dollar einen Haufen Akkumulation gehabt hier in diesem Bereich. Das sieht man hier ganz gut. Können wir uns mal angucken. Also dieser Bereich könnte vielleicht wirklich dann der Boden sein, aber ich möchte meinen Arsch nicht drauf verwetten, ganz ehrlich, dass das hier dann der endgültige Boden ist. Deswegen Luna, absolute Vorsicht hier. Ich würde ganz ehrlich, gut, wer zocken will, so wie ich, kann da gerne einsteigen. By the way, aber ansonsten ist das für mich erstmal ein bisschen nebensächlich und ich würde jetzt nicht meinen Arsch darauf verwetten, dass wir hier auf jeden Fall wieder Richtung 100 Dollar oder sowas kommen. Gilt by the way für alle, stay hodl oder hodl einfach. So, ja, wie gesagt, ansonsten der ganze Altcoin-Markt einfach wieder teilweise rot, also gemischtes Umfeld. Gibt nicht wirklich viel dazu zu sagen. Altcoins sowieso momentan meines Erachtens nur spotinteressant. Traden, lass die Finger davon. Kann ich einfach nur an meiner Stelle sagen, dasselber Trades 50% im Minus hat. Aber gut, schauen wir uns ganz kurz die News an. Wurde der Kryptowinter eingeläutet? Ein Artikel von Patrick. Ja, gibt viele Theorien. Ich bin weiter noch auf der bullischen Seite, solange wir die 30k halten. Aber gut, ich wurde vielleicht auch schon dafür belächelt, dass wir noch in einem Bullenmarkt sind. Gibt verschiedene Meinungen. Viele sagen, ja gut, wir haben jetzt 50% Korrektur. Ja gut, die hatten wir letztes Jahr auch. Waren wir da auch nicht im Bärenmarkt. Solange wir einfach diese 30k halten, sind wir einfach in einer riesigen Seitwärtsphase. Es hat sich seit Monaten nichts an der Theorie geändert, dass wir uns in einer riesigen Seitwärtsphase befinden. Meine Meinung, eure Meinung, könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr Bock habt. Sind wir in einem Bullenmarkt? Sind wir in einem Bärenmarkt? Warum sind wir in einem Bärenmarkt? Warum sind wir in einem Bullenmarkt? Schreibt einfach unten in die Kommentare. Würde mich wirklich gerne mal interessieren. Ansonsten, ja, Bitcoin Cash, TerraUSD entkoppelt, Luna stürzt 60% ein. Ja, werde ich euch alles später noch in die Telegram-Grube posten. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen, angenehmen Tag. Wir hören uns morgen früh zu einem Update-Video wieder. Plus morgen Livestream mit Moritz von Trading on Air. Freue ich mich auch schon drauf. Ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen früh wieder. Ähm, was wollte ich sonst was sagen? Irgendwas? Ja, ähm, bald kommt noch was Neues auf dem Kanal, bevor ich es vergesse. Wo die, sag ich mal, die reale Welt mit der Technologie verbunden wird. Hm. Wer es erraten kann, kriegt von mir einen Euro. Ansonsten, seid einfach gespannt, was da in Zukunft euch zukommt. Will ich euch schon mal ein bisschen triggern. Und das waren jetzt auch die Schlussworte. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Ähm, ja. Ciao, ciao. Schönen Tag. Stay Crypto.